Jo Leute, was geht? Hier ist wieder 1000% und heute geht es um die schlimmsten Momente eines Mannes. Viel Spaß! Bleib unten! Nein! Nein, warte es nicht! Nein! Geh runter! Hey, du kommst nochmal hoch! Krassi, ich hab die Fettkarte! Ja, woher du denn hinlässt? Alter Schwede! Sieht die geil aus! Ja, woher du denn hinlässt? Ja, woher du denn hinlässt? Ja, woher du denn hinlässt? Das wollte ich jetzt nicht. Oh mein Gott! Schneller! Äh, du bist eigentlich tot, ne? Hä? Wie? Oh Scheiße! Ja, Idiot! Du glaubst nicht, was mir gerade passiert ist! Du musst mir helfen! Was? Ich hab grad einen umgebracht! Oh Scheiße! Der lebt doch nicht mehr! Der sieht ja gar nicht gut aus! Was hast du mit ihm gemacht, Mann? Ich hab ihm in die Eier getreten! Shit, Alter, den müssen wir irgendwie wegtragen! Der kann ja nicht lieb bleiben! Doch! Nein, Mann! Scheiße! Alter, der ist so fett geworden! Nimm an, Mann! Nimm an, Mann! Ach! 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 Ey. Was geht bei euch ab? Etwas, oder was? Kann man sich überhaupt nichtỉhen in Spanier? Scheißkinder her! Du bist hörde dich an, Jessica. Du hast gesagt, der ist gut! Darf ich auch! Jo, Leute, das war das Video, die schlimmsten Momente eines meines, ich hoffe, es hat euch gefallen, bewertet das Video mal, und ja, hier kommt ihr auf das nächste Video, und jo, das war's, haut rein!